Willkommen in der Scalable Investor Corner. 2024 wird ein super Wahljahr. Christian, worauf sollte ich mich denn als Anlegerin einstellen? Wahljahre sind häufig gute Börsenjahre. Zumindest in den USA lässt sich das gut nachvollziehen. Allerdings könnte der Wahlkampf ja ziemlich lebhaft werden. Insofern stellen wir uns doch mal auf Schwankungen ein. Du bist also bei der alten Börsenweisheit, politische Börsen haben kurze Beine? Was die Strahlwirkung einzelner Wahlen auf die Börsen angeht, ja, sicherlich. Aber wir sollten nicht die Wirkung globaler Verwerfungen, gerade geopolitischer Prozesse, auf die Kapitalmärkte unterschätzen. Nur wir haben ja keine Glaskugel, was politisch passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf alle halbwegs validen Szenarien einstellen. Das geht mit Diversifikation über unterschiedliche Assetklassen. Sehr positiv deshalb, dass Scalable unter den 2500 ETFs eben nicht nur Aktien-ETFs hat, sondern auch Anleihen, Gold und weitere Anlageklassen. Und obendrein kann es dann ja auch noch Zinsen geben. Einfach breit diversifiziert und langfristig anlegen, das können auch Sie bei Scalable.